Der Landkreis Erlangen-Höchstadt liegt im Norden des bayerischen Regierungsbezirks Mittelfranken. Geografie Das Kreisgebiet umfasst im Wesentlichen das mittelfränkische Becken mit ausgedehnten Kiefernwäldern. Im Osten durchfließen die Recknitz und der Main-Donau-Kanal in Nord-Süd Richtung das Kreisgebiet. Im Norden fließt die Aisch ein Nebenfluss der Recknitz etwa in West-Ost Richtung durch das Kreisgebiet. Hier besteht eine Weiherlandschaft in der Fischzucht betrieben wird. Im Osten des Kreisgebiets steigt die Landschaft zum Alpvorland auf. In der Gemeinde Westenbergs-Greuth im Westen des Landkreises befindet sich der Mittelpunkt Frankens. Der Landkreis grenzt im Urzeigersinn im Norden beginnend an die Landkreise Bamberg, Forchheim und Nürnberger Land, an die kreisfreien Städte Nürnberg und Erlangen sowie an die Landkreise Fürth und Neustadt an der Eischbad-Windsheim. Die kreisfreie Stadt Erlangen ragt von Süden her in das Kreisgebiet hinein, das sich wie ein umgekehrtes Ur um diese Stadt erstreckt. Geschichte Um 1000 wurden Orte des späteren Landkreises erstmals urkundlich erwähnt. 1413 wurden die zum Teil heute noch betriebenen Wasserschöpfräder an der Recknitzsee erstmals urkundlich bezeugt. 1449-1450 Stil fand der erste, von 1552 bis 1555 der zweite Markgrafenkrieg statt, bei denen es zahlreiche Verwüstungen gab. 1715 wurde mit dem Bau des Schlosses Himhofen begonnen. Zum Höhepunkt der Wasserradnutzung 1805 waren an der Recknitz zwischen Fürth und Forchheim etwa 190 Wasserschöpfräder im Einsatz. 1812 wurden im heutigen Kreisgebiet die Landgerichtsbezirke Erlangen, Herzogenaurach und Höchstert an der Eisch eingerichtet, die alle zum Rezartkreis gehörten. Gleichzeitig wurde Erlangen eine kreisunmittelbare Stadt. Seit 1838 gehörten das Landgericht Erlangen zu Mittelfranken und die Landgerichte Herzogenaurach und Höchstert zu Oberfranken. 1852 wurden Distriktgemeinden errichtet. Im Jahr 1862 wurde aus dem Landgerichtsbezirk Erlangen das gleichnamige Bezirksamt und aus den Landgerichtsbezirken Herzogenaurach und Höchstert an der Eisch. Durch das Gemeindedikt von 1881 wurde die kommunale Selbstverwaltung wiederhergestellt. Von 1886 bis 1900 wurden die Eisenbahnlinien nach Herzogenaurach, Höchstert, Schlüsselfeld und Eschenau gebaut. 1919 trat das neue Selbstverwaltungsgesetz der Gemeinden in Kraft. Am 1. Januar 1939 wurde wie überall im Deutschen Reich die Bezeichnung Landkreis eingeführt. So wurden aus den Bezirksämtern die Landkreise Erlangen und Höchstert a. d. Eisch. 1946 trat die Landkreisordnung in Kraft. Daraufhin wurde 1952 der Landrat erstmals von der Bevölkerung gewählt. Im Rahmen der Gebietsreform wurden am 1. Juli 1972 die Großteile der beiden bisherigen Landkreise Erlangen und Höchstert mit einigen Gemeinden der bisherigen Landkreise Bamberg, Forchheim, Scheinfeld und Lauf an der Pegnitz zu einem neuen Landkreis vereinigt, der zunächst Landkreis Erlangen hieß und am 1. Mai 1973 in Landkreis Erlangen-Höchstert umbenannt wurde. Durch die Gebietsreform wurden oberfränkische Gebiete nach Mittelfranken umgegliedert. Die Stadt Erlangen wurde durch Eingemeindungen vergrößert und blieb kreisfrei. Am 1. Juli 1976 trat der Landkreis Erlangen-Höchstert die Gemeinde Beerbach an den Landkreis Nürnberger Land ab. Am 1. Januar 1977 wurde die Gemeinde Rosenbach in den Markt Neunkirchen am Brand eingegliedert und kam damit vom Landkreis Erlangen-Höchstert zum Landkreis Forchheim. Zwischen 1988 und 2008 wuchs der Landkreis Erlangen-Höchstert um über 22.000 Einwohner bzw. um rund 21%. Später hat sich das Wachstum abgeschwächt. Die nachfolgenden Zahlen beziehen sich auf den Gebietsstand vom 25. Mai 1987. Politik Landrat ist seit dem 1. Mai 2014 Alexander Trithard. Sein Vorgänger war Eberhard Erlinger. Der Kreistag besteht in der Amtszeit 2014 zu 2020 aus 60 Kreisräten und dem Landrat, CSU 22 Sitze und Landrat Alexander Trithard, SPD 13 Sitze, FW 13 Sitze, Grüner 9 Sitze, FDP 3 Sitze. Für die Bundestagswahlen bildet der Landkreis gemeinsam mit der Stadt Erlangen den Wahlkreis Erlangen. Direkt gewählter Abgeordneter ist seit 2002 Stefan Müller. Bei der Bundestagswahl 2013 zog aus dem Gebiet des Bundeswahlkreises Erlangen die Müller unterlegene Martina Stamm fiebig über die Landesliste Bayern in den Deutschen Bundestag ein. Für die Landtagswahlen ist der Landkreis in zwei Stimmkreise geteilt. Die meisten Gemeinden bilden den Stimmkreis Erlangen Höchststadt, wobei Möhrendorf und Heroldsberg zusammen mit der Stadt Erlangen zum Stimmkreis Erlangen Stadt gehören. Direkt gewählte Abgeordnete sind für den Stimmkreis Erlangen Höchststadt Walter Nussel und für den Stimmkreis Erlangen Stadt Joachim Herrmann. Für den Bezirkstag von Mittelfranken bestehen die gleichen Stimmkreise wie bei der Landtagswahl. Direkt gewählte Bezirksrätin für den Stimmkreis Erlangen Höchststadt ist Dr. Ute Salzner für den Stimmkreis Erlangen Stadt Dr. Max Hubmann. Aus dem Landkreis Erlangen Höchststadt gehört außerdem Karin Knorr dem Bezirkstag an. Blasonierung Der Landkreis Erlangen Höchststadt besteht aus den beiden alten Landkreisen Erlangen und Höchststadt an der Aisch. Im Landkreis Wappen ist der alte Landkreis Höchststadt an der Aisch durch das Wappen des Hochstiftes Bamberg, den Bamberger Löwen vertreten. Da das Hochstift Bamberg bis 1802 mit dem Oberamt Höchststadt den umfangreichsten Besitz in diesem Gebiet hatte, der gestückte Schildbord aus dem Wappen der Nürnberger Burggrafen und der Markgrafen von Brandenburg-Bayreuth weist auf deren Besitzung. Das Amt Bayersdorf im alten Landkreis Erlangen hin, die Farben Blau und Gold sind dem Wappen der Stadt Nürnberg entnommen, zu deren Territorium bis 1805 große Gebiete im Landkreis gehörten. Das Wasserschöpfrad erinnert an die einst zahlreichen Wasserschöpfräder an der Regnitz, die ein Wahrzeichen der Landschaft bildeten und noch teilweise zu sehen sind. Die meisten verbliebenen Wasserschöpfräder befinden sich bei Möhrendorf. Die beiden Bilder waren Bestandteile der früheren Landkreis Wappen von Höchststadt an der Eisch und Erlangen. Das neue Wappen stellt somit auch die Entwicklung der Kreisorganisation dar. Wirtschaft und Infrastruktur Die kreisfreie Stadt Erlangen ist seit 1844 Station der Ludwig-Süd-Nordbahn von Nürnberg nach Bamberg. Gegen Ende des 19. Jahrhunderts wurde die Universitätsstadt auch Ausgangspunkt zweier Lokalbahnen der Bayerischen Staatseisenbahnen. 1886 nach Grevenberg über Eschenau, das seit 1908 auch mit Nürnberg verbunden ist und 1894 vom Vorort Ruck nach Herzogenaurach. Die ehemalige Kreisstadt Höchststadt erhielt 1892 eine Bahnlinie von Forchheim her. Einige Gemeinden im Norden des Kreises liegen an der im Jahre 1900 eröffneten Lokalbahn Bamberg-Schlüsselfeld. Das Eisenbahnnetz erlangte damit eine Ausdehnung von 75 Kilometer Länge. Davon wurden für den Personenverkehr folgende 51 Kilometer stillgelegt. 1961 63 Still Erlangen-Eschenau 12 Kilometer 1977 Strullendorf-Mühlhausen-Schlüsselfeld 31 Kilometer 1984 Forchheim-Hemhofen-Höchstadt 23 Kilometer und Erlangenbruck-Herzogenaurach 9 Kilometer Im Landkreis Erlangen-Höchstadt existieren insgesamt acht Bahnhöfe bzw. Haltepunkte für den Bahnpersonenverkehr. Bubenreuth und Beiersdorf an der Bahnstrecke Nürnberg-Bamberg sowie Heroldsberg, Heroldsberg-Nordkalkreuth-Großgescheit, Eschenau und fort an der Grevenbergbahn. Ansonsten erfolgt die Erschließung des Landkreises für den öffentlichen Personennahverkehr über Buslinien. Die Knotenpunkte in Erlangen sowie in Höchstadt an der Eisch aufweisen. Der Landkreis ist Mitglied des Verkehrsverbunds Großraum Nürnberg. Diskutiert wird seit Anfang der 1990er Jahre der Bau einer Stadt um Landbahn von Erlangen ausgehend nach Herzogenaurach sowie in den östlichen Landkreis, wo unterschiedliche Endpunkte diskutiert wurden. Derzeitige Planungen sehen die enthalte Stelle bereits in Uttenreuth vor. Gegenwärtig ist geplant, bis zum Sommer 2012 einen Grundsatzbeschluss über den Bau der Stadt um Landbahn in allen beteiligten Gebietskörperschaften zu treffen. Städte und Gemeinden Am 5. August 1974 wurde dem Landkreis das seit dem 1. Juli 1956 für den Landkreis Erlangen gültige Unterscheidungszeichen R zugewiesen. Am 12. Februar 1979 wurde es vom bis heute gültigen Unterscheidungszeichen ERH abgelöst. Seit dem 2. Februar 2015 ist auch das Unterscheidungszeichen HS erhältlich.